Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, nach langer Zeit, zumindest für mich, wieder eine Aufnahme und ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, wo wir eigentlich aufgehört haben. Das letzte Mal für euch war das ja alles gestern. Ähm, für mich ist das schon eine Woche her oder noch länger. Ne, ich glaube noch länger. So, ja wir waren hier. Oh, Moment mal. Ja, stimmt, richtig. Ich erinnere mich. Ich war nachher nochmal hier drin und habe ein paar Bäume gepflanzt, um für Holznachschub zu sorgen. Ja, die können wir gleich wieder umhauen. Richtig, das ist gut. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Also ich habe eben irgendwie entdeckt, dass es Holzmangel gibt. Ach ja, für Holzkohle, glaube ich, genau. Ja, stimmt, ich wollte Holzkohle machen. Ja, okay, gut. Gibt es eigentlich auch so eine Axt, wie ich jetzt hier dieses Spezialwerkzeug habe? Das Ganze als Axt. Dann ginge das schneller. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ja, das... Oder Moment mal, da kann ich ja nachschauen. Ähm, das müsste ja hier irgendwo sein. Ah, ne, da sehe ich nichts. Da auch nicht. Da war gerade Werkzeug, aber eben das nicht. Das ist ja in dem Paket mit dran. Hier, oder? Ah, ne, Mystical Agriculture ist das. Da kommt das ja her. Ähm, ne, das ist immer noch nicht... Äh, auch nicht... Da, das sind aber Sachen hier von Mystical Agriculture. Ja, genau, das ist doch auch hier. Genau, also wenn dann hier... Ja, das sind diese Barren, Gießkannen... Diese Tische hier. Aha, hier, Werkzeug. Da. Und da ist auch eine Axt. Aber Moment mal, das ist... Das ist eine Axt. Hm. Aber... Moment mal, jetzt habe ich... Ah, hier, genau da. Also nochmal, da, da ist eine Axt. Die hält einfach ewig. Okay, gut. Was haben wir da noch für eine Axt? Hier. Ne, da ist noch eine Axt. Diesen Mineneffekt. Puff, keine Ahnung, was die macht. Da braucht man eine normale Axt. Also so eine hier. Und dann müssen wir da was dazu machen. Puff, ja, wir könnten es ja mal ausprobieren. Wollen wir das mal machen? Eigentlich hätten wir ja was anderes zu tun. Aber andersherz... Warum nicht, ne? Wir haben ja auch Zeit. Das ist alles an Axten. Also von den Roten mal ich jetzt, ne? Es gibt ja noch die blaue, orange, hell und dunkelgrün. Ja, das war's. Blau, orange, hell und dunkelgrün. So, ähm, ja, diese zwei Äxte. 20 Angriffsschaden. Oh, die hat sogar 24. Ja gut, ich will damit da nicht angreifen. Hm. Ja, die hält einfach ewig. Ja, okay, der Vorteil von der ist, dass die einfach ewig hält. Okay, gut. Und das da? Ey, das will ich ausprobieren. Ich will diese Axt machen. Komm, wir machen das jetzt. Ich will das jetzt wissen. Und dann lassen wir die Bäume da mal stehen. Beziehungsweise andere noch weiter wachsen. Hier, da habe ich noch was übersehen hier. Und da auch noch. Und dann probieren wir das mal hier bei diesen Bäumen aus hier. Das ist auch ein dicker, der zwar nicht so hoch ist. Ja, okay. Oh, der ist aber ganz schön groß hier. Aber der hier, der bleibt natürlich stehen. Den hauen wir nicht rum. Da ist, glaube ich, auch gerade noch einer gewachsen. Hier, der. Hä, komm, wir probieren das jetzt aus. Ich will das jetzt wissen. So, wir gehen mal zum Agrarplatz. Wo haben wir den? Hier, da. Hui, da bin ich jetzt gespannt. So, was brauchen wir dafür? Da muss ich mal eben schauen nochmal. Die ist ja dann uninteressant, weil die einfach unendlich hält. Und was ist mit der blauen? Die hat eine Stufe jetzt runter. Ah, hat eine Dauerhaftigkeit von 4000 Punkten. Durability. Ja, Beständigkeit oder so. Okay, und die ist dann unendlich. Und diese hier. Ja, die, an der bin ich natürlich interessiert. Das heißt, wir brauchen da hier eine ganz normale. Und dann nochmal das da. Okay, und das da, das ist kein Problem. Aber das hier nochmal. Wie macht man das hier? Zwei Barren. Oh, da brauchen wir, uiuiui, da brauchen wir zwei davon. Das ist ja, ui. Das ist ja nicht ohne. Aber, ja. Ach, mein, inzwischen, das macht beim Abbauen eine Fackel hin. Wenn man alle im Inventar hat. Dann brauchen wir das hier noch. Okay. Ja, gut. Wir werden mal Sachen zusammensuchen. Kaum in die Folge reingegangen, schon wieder was Neues vor. Da bin ich aber jetzt einfach zu sehr gespannt drauf. Sowas da brauchen wir. Okay, wir arbeiten uns so langsam vor. Das hier. Vier davon, drei davon. Okay. Raus hier. Minenschaufel. Okay. Ne, das ist jetzt nicht Minenschaufel, sondern Axt. Aber ist egal. Ich lasse das jetzt stehen. So. Also drei davon und vier davon. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Doch, passt. Okay, häppler das schon mal. Dann brauchen wir... Wollen wir erst die Axt machen? Oder erst... Ja, wir machen erst die Axt. So, brauchen wir nochmal... Ne, zwei davon. Zwei Barren und sowas da. Okay, wir machen erst zwei Stöcke und zwei Barren. Zwei... Moment. Äh, so. Das kann man hier weg, weil wir das zum Schluss brauchen. So. Zwei Stöckchen. Und Barren. Zwei Stück. Das macht man doch, soweit ich mich erinnere. Irgendwie so. Ja, genau. Achso, da brauche ich aber zwei hier. Zack, zack. Zwei. Ähm, nein. So. Ja, genau. So. Das kommt dann da mit ran. Okay, das dürfte jetzt zumindest mal der erste Teil der Axt sein. Genau. Und jetzt brauchen wir das hier noch. Puh. Da brauchen wir vier von diesen Essenzen. Drei, ähm, Dörrschädel und einen Neterstern. Okay. Das könnten wir alles oben haben. Das ist ganz schön aufwendig. Na gut, das darf es auch sein. So. Dörrschädel. Einen Neterstern. Oh, den müssen wir zusammen basteln. Okay. Und die auch. Gut. Dann müssen wir sehen, wie wir das machen. Das werden wir hier rausfinden. So. Machen wir erst die hier. Ah, neun Knochen. Drei Stück brauchen wir davon. Okay. Da und diesen Neterstern. Ah, da brauchen wir die drei solche Scherben und die kriegen... Ah ja, okay, okay. Eins, zwei, drei. Und, äh, da hin. So, hätten wir auch dieses hier. Den Rest packen wir erstmal wieder zurück. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Äh, ja, das hier. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir sehen. Gut. Dann kommt das erstmal wieder nach unten. Draußen wird es Abend. Kann ich eigentlich... Das will ich jetzt mal eben schnell ausprobieren. Das wäre nämlich interessant. Ähm... Ob ich denn an die Werkbank da oben eine Leiter dran machen kann. Das wäre nämlich äußerst praktisch. Ja, kann ich machen. Ha, sehr gut. Dann finde ich nämlich gleich mal den Weg nach unten. Dann muss der nicht erst lange rumbuxieren. Das heißt allerdings jetzt auch wieder... Ah ja, okay. Das ist gut. Dass ich... ...schnell mal aus dem Holz... Ähm... Ja, mache ich mal... Ja, reicht das so? Da habe ich acht. Ja, das reicht. So, hier unten... Oder kriege gleich drei raus. Okay. So. Haben wir das auch verbessert? Okay. Dann haben wir jetzt erstmal... Ähm... Dies... Was war das jetzt noch? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach, das hier, genau. So. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. So. So. Diese drei. Ah ja, und vier von diesen... Ah, genau. Stimmt. Da habe ich aber noch sechs Stück hier. Okay. Zwei drin lassen. Der Rest dahin. So. Und dann brauchen wir aber jetzt noch so ein blaues Teil irgendwie. So, das da. Und das kriege... Ah, das habe ich mir schon gedacht. Das müssen wir uns jetzt so mühselig da zusammensuchen. Aber okay, machen wir das. Vier blaue, ein Diamantblock, drei Smaragde und so ein oranges Teil. Okay, wir sorgen erstmal für diese anderen Teile. Vier blaue, Diamant, Klotz und drei Smaragde. Oh, Moment. Die vier blauen könnten wir hier schon drin haben. Da können wir jetzt ganz bequem die Nacht durcharbeiten. Ja, genau, hier. Eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir nämlich bestimmt auch. Zwei, drei, vier. Guck mal, hier. Haben wir schon fünf Smaragde. Da kann ich jetzt zwei da drin lassen. Den Rest hier. Und dann brauchen wir noch einen Diamantklotz. Vielleicht, der kann jetzt auch mal weg hier. Da müssen wir nach oben gehen. Oh, halt. Nicht ganz nach oben. Smaragde, Diamant. Wir brauchen neun Diamanten. Das müsste so hier gewesen sein. Oh, da kriegen wir nur sieben raus. Na gut, dann machen wir noch mehr davon. Das ist wohl genügt mit... Ja, ich mach lieber mal ein bisschen mehr. Schadet ja nicht. So. Okay, davon... Jetzt hab ich vergessen, wie viel... Achso, einen Klotz brauchen wir. Genau. Das heißt, neun Stück. So, den hätten wir auch. Okay. Was brauchen wir als nächstes? Vielleicht haben wir sogar alle Zutaten da. Wir müssen sie nur zusammensuchen. Ne, ich gucke erst nochmal. Drei davon, vier davon und den einen Diamant-Dingsbums da. Okay. Diamant-Dingsbums. Diese vier und diese drei. Okay. So, nächster Schritt. Wir gehen davon aus, davon, davon. Okay, und jetzt von dem Orangen brauchen wir drei Diamanten und einen Goldklotz. Haben wir drei Diamanten? Drei Diamanten haben wir da. Okay. Und die Hälfte, die hau ich jetzt alle mal gleich da rein. Brauchen wir da sowieso. Und einen Goldklotz. Okay, wir brauchen Gold. Ne, da bin ich schon wieder zu hoch. Moment, hier, so. Wo haben wir denn Gold? Diamant. Da ist gar nichts drin. Erfrischen. Gold hier. Ne, nicht Erfrischen. Erfahrung heißt das. Okay. So, Gold. Gold Barn. Nö, das nicht. In der Mitte weg? Ja, in der Mitte weg. Wir haben im Lager so viel Gold. Da bräuchten wir das jetzt hier nicht zu machen, aber ist egal. So. Ah, da kann ich ja gleich hier oben schauen. Was wir hier noch brauchen. So, dann hätten wir das da. Gold muss noch rein. Okay. Hier brauchen wir noch drei Goldparen und einen Lapisblock. Drei Goldparen, okay. Und einen Lapisblock. Drei Goldparen haben wir ja genug da. Lapis. Lapis, ja. Der muss natürlich... Ah, ne, Moment. Lapis-Essenzen. Ja, genau. Okay, so. Und dann einen Lapisblock. Okay, haben wir den auch. Nö, hier. So. Ne, 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 ne. Halt. Das ist ja zurück. Ähm. Zu schnell geklickt. So. Und dann in die Mitte. Okay, das sollten wir auch haben. Und dann... Aue, Feuerstein. Okay. Noch einen Goldblock haben wir genug da. Und einen Basis-Essenz-Barn. Basis-Essenz-Barn. Wie macht man die denn? Ähm. Da müsste ich doch hier... Ja, okay. Wahrscheinlich habe ich da unten noch mehr als genug. Schauen wir mal. Ähm. So wahrscheinlich. Nö. Ähm. Keine Ahnung. So vielleicht. Nö, auch nicht. Oder so. Auch nicht. Oder so. Nö. So auch nicht. Okay. Wie macht man die? Hier so. Oh, da braucht man noch einen Eisenbarren dazu. Ah, okay. Ja, okay. Gut. Einen Eisenbarren. Haben wir einen Eisenbarren da? Natürlich nicht. Wir brauchen Eisen. Moment. Zu schnell gedreht. So. Äh. Joa. Äh. So. Ja, genau. So. Gut. Wir kriegen jetzt gleich sechs auf einmal. Ähm. Eisenbarren. Okay. Ja, genau. Dann müssen wir einen Eisenbarren in die Mitte. Und die so, so. Jetzt haben wir gleich sechs Stück. Meinetwegen. Den Rest lasse ich mal da. Ich glaube, jetzt sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Es ist ein bisschen durcheinander und ungeordnet. Im Inventar. Oder hier in der Kiste. Ich sammle jetzt mal alles wieder ein. Jetzt passt halt nicht alles rein. Gut. Die Erde kann weg. Das kann weg. Das Holz kann weg. So. Damit sollte alles reinpassen. Okay. Wir können den ersten Schritt machen. So. Genau. Das. 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 Das sollten wir jetzt. Ah, nee. Ah, genau. Die Feuerstein fehlen noch. Okay. Dann müssen wir also doch ins Lager nochmal gehen. Ja, stimmt. Feuerstein hat noch gefehlt. Okay. Aber den haben wir gleich. So. Ähm. Drei Stück. Ja, ich packe einfach mal alles rein. So. Okay. Wieder zurück. Zum Agrarplatz. Und ich muss mal kurz die Musik leiser machen. Ist mir doch ein bisschen zu laut. Ja, ich dreh manchmal die, ähm, den Lautstärkeregler von dem Kopfhörer ein bisschen hoch. Für andere Spiele. Und dann ist es mir hier in Minecraft wieder ein bisschen zu laut. Okay. So. Dann. Noch mal von vorne, ne? Das Ganze. Genau. So. Jetzt haben wir alles da. Okay. Eins davon. Ach so. Ähm. Ja, gut. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht mehr, was wir alles da noch brauchen. Ha. Aber kann ich es aus dem Kopf? Ähm. Da bräuchten wir in den Ecken wahrscheinlich diese vier hier. Und dann Goldbarren. So. Und. Äh. Lapis. Ja. Das war sogar richtig. Cool. So. Das in die Mitte. Und dann, glaube ich, brauchen wir hier Diamanten. Die blauen. Ne, die orangen. Moment. Die orangen. So. Und da oben. Dann brauchen wir den Goldklotz. Ja. Genau. So. Und jetzt brauchen wir oben den Diamantklotz. Die vier in die Ecken. Und da brauchen wir jetzt die Diamanten. Das würde Sinn ergeben. Nö. Nö. Ist aber falsch. Okay. Ist aber falsch. Das ist falsch.